Wenn ich die Paukenschläge schwinge, denk ich dabei an viele Dinge. Keins aller anderen Instrumente weckt so den Geist und die Talente. Jeder Paukist könnt hier auf Erden Philosophie-Professor werden, während der ganze Menschenschwindel nicht so dumm. Ich spüle meine Stücke, mach nicht viel Worte, ich frag nicht lang, wieso, warum, einmal Piano. Na, wieder fort und scherf ich nicht um Publikum und hat das Schicksal mich beim Wicke, dann schlage ich rasch die Noten um, spüle meinen Wirbel, spüle meine Stücke, wie es gerade kommt, gerade oder Grund. Die meisten Männer, die wir kennen, pflegen den Frauen nachzurennen. Der möchte Dine, der möchte Dicke, der möchte Antrampe, der möchte Schicke, der möchte Schwarze, der möchte Gelbe. Im Grunde genommen, sie sind immer dasselbe. Ich spüle meine Stücke, mach nicht viel Worte, ich frag nicht lang, wieso, warum, einmal Piano. Na, da wieder fort und scherf ich nicht ums Publikum. Und hat das Schicksal mich beim Wicke, da schlage ich rasch die Noten um, spüle meinen Wirbel, spüle meine Stücke, wie es gerade kommt, gerade oder Grund. Einmal ist jedes Stück zu Ende, müde und zittrig sind die Hände und man hat gar nichts mehr dagegen, alles für immer fortzulegen. Der Dirigent gibt mir das Zeichen, Tanz ohne Aufsehen fortzuschleichen. Ja, um die große Pause kommt kein Mensch herum. Ich geh hinaus, mach nicht viel Worte, ich frag nicht lang, wieso, warum. Die anderen sprühen Piano oder Forte noch immer für das Publikum. Jetzt hat das Schicksal mich beim Wickeln, für mich sind alle Noten stumm. Aus ist mein Wirbel, aus ist mein Stücke, wie es auch war, gerade oder krumm. Aus ist mein Stücke, wie es auch war, gerade oder krumm ist mein Stücke. Aus ist mein Stücke, wie es auch war, gerade oder krumm ist mein Stücke. Vielen Dank.